Heiho und herzlich willkommen zurück Leute zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Wir haben übrigens bei der letzten Folge das Amulett des Retters geborgen, denn wer ja wisst oder nicht wisst, benötigt Edsley halt einige Gegenstände, um als König halt anerkannt zu werden oder Glück zu haben. Und ja, deswegen haben wir schon ein paar Gegenstände besorgt. Außerdem haben wir dann noch eine weitere Quest angenommen und zwar dem Pfad der Angst. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das hier nachzugehen. Aber bis jetzt haben wir noch nicht gefunden. Vielleicht ist es hier. Da kann ich aber nicht rein. Hier ist doch niemand. Kann ich nicht irgendwo hochkraxeln? Ich höre da was. Ich habe dich, Jonah. Bitte, halte durch. Komm schon, stirb nicht, bitte. Jonah, bitte. Komm schon, Jonah. Oh, das ist Lara. Du weißt, was du zu tun hast. Du weißt, was du zu tun hast. Weiter. Tu es. W-was? 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 Der Schmerz. Beende ihn. Ich habe keine Schmerzen. Egoistin. Ihr Schmerz, nicht deiner. Die leben, die du vernichtet hast. Und es kommen noch so viele. Du zerstörst, was du berührst. Kleiner Krebs. Kleiner Tod. Kleine Hexe. Ich würde nie. Sie... Sie sind meine Freunde. Sie sind alle... Tod oder verdammt. Du weißt es. Spürst es. Du bringst Unglück, Lara. Kannst das Leben nicht bewahren. Erst deine Mutter, dann dein Vater. Und jetzt deine Freunde. Nein! Hey, ich bin's. Jonah. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Gott sei Dank. Sie hat's geschafft. Sie ist okay. Gut gemacht, Lara. Du hast dich als würdig erwiesen. Jetzt musst du das Tal der Affengötter betreten und den Weißen Atem holen. Okay. Meinst du die Zwillinge, Hunerhahn und Hundschirven? Ja. Sie sollen das Rezept für den Weißen Atem erfunden haben, um Rache an den Brüdern zu üben, die sie verwandelt haben. Okay. Okay. Je nachdem, wie lange wir jetzt noch brauchen. Sie sind dabei, dieses Grab zu betreten. Der Vollstuhl wird gespeichert. Möchten Sie vorfahren? Ja. Ich muss doch da rein, oder nicht? Okay. Je nachdem, wie weit wir es schaffen, würde ich vielleicht sogar noch den Meisterbogen holen und bei der nächsten Folge wahrscheinlich das Spiel dann beenden. Das hat einen Grund, denn ich bin ja nun schon seit über 17 Folgen dabei und ich möchte es auch irgendwann mal zum Abschluss bringen. Denn jedes Spiel sollte irgendwann enden. Und was als nächstes kommt, ja, das kann ich euch noch nicht so ganz verraten, denn ich weiß es gerade selber noch nicht. Ich habe noch ein paar Spiele drauf, die man aufnehmen kann. Ja, mal sehen. Hunerhahn und Hundschirven müssen hier vorbeigekommen sein, als sie aus Paltiti verbannt wurden. Hier war seit Jahrhunderten niemand mehr. Also, anscheinend den weißen Atem finden. Da sollen wir jetzt lang. Und dann müssen wir ja noch den Bogen holen. Da ist ein Lager, okay. Ich muss da runter, das heißt also. Wir müssen hier unten lang, oder? Äh, so weit kann ich nicht springen, warte mal. Hier hochkraxeln geht auch nicht, oder? Wow, wait. What? Kann ich mich denn irgendwo abseilen? Ah, okay. Ah. Da unten muss ich hin. So, warte mal. Taste drücken. Und dann rüberschwingen. Und dann... ... können wir wahrscheinlich da unten langrutschen. Schätze ich mal. Das Tal der Affengötter ist eine gewaltige Verwerfungslinie. Sie muss vor Jahrhunderten aufgebrochen sein. Ein perfektes Versteck, wenn man wie die Affenzwillinge verschwinden will. So scheint es zumindest. Darüber kann ich nicht, warte mal. Es könnte auch Rätsel geben. Hm, also genau, weiß ich jetzt gerade natürlich nicht. Keine Ahnung, ob das eine Warnung ist. Ich kann wahrscheinlich dann da hochklettern, ne? Weil die Brücke ist ja zerstört. Alles klar. Gut. Oder ich kletter mit der Axt. Eigentlich müsstest du da hochkraxeln können, oder nicht? Egal. Wir gehen jetzt hier lang, zur Seite. Weil hier sind ja diese Steinfelsen. Und da können wir uns auch wieder festhalten. Genau. Und jetzt kann ich dann wahrscheinlich dann hochkraxeln, ne? Schätze ich mal. Perfekt. Kein Wunder, so ungeschützt an der Klippe. Erstaunlich, dass überhaupt noch was da ist. Der Pfad führt uns da hinten lang. Aber erstmal werden wir uns das hier durchlesen. Oder angucken. Es zeigt eine Menschenprozession, die ins Tal der Götter kommt. Geleitet von Geräuschen oder Gesängen. Alle tragen ihr Hab und Gut bei sich, so wie Dinge, die aussehen wie Weihopfer. Sie müssen Anhänger sein. Die Affenzwillinge wurden nicht von allen verhöhnt, nachdem sie aus Pertiti geflohen waren. Einige verehrten sie auch. Gut zu wissen. Ich hoffe mal, es ist egal, wo man lang geht. Aber wir wissen jetzt, dass die auch noch verehrt wurden, ne? Die beiden Zwillinge. Was schon mal gut zu wissen ist. Und hier kann ich anscheinend nicht weiter. Obwohl, stimmt gar nicht. What? Warum? Also, das verstehe ich auch nicht. Ich habe schon... So, vielleicht muss ich auch anders handhaben. Ja, okay, erstmal gucken. Hier ist auch noch was. Ah! Na komm! Hau weg, den Dreck! Wow, aber dass das hier noch alles steht, ist schon... ziemlich beeindruckend. Ey, die haben ja sogar einen Kran gebaut! Okay. Vielleicht muss ich ja auf dem Rauch springen. Oder ich muss hier hinten halt langen, das ist natürlich auch möglich. Hä? Was machst du denn da, Lara? Ich wollte zur Seite springen. Ja. Okay. Ist es überhaupt richtig, was ich jetzt hier mache? Anscheinend nicht. Boah, ich hasse sowas, wenn du nicht siehst, wo du lang musst. Das hasse ich echt wie die Pest. Okay. Ich komme ja auch nicht weiter nach oben. Das ist ja schon wieder komplette Scheiße. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Ich, ich, ich sehe gerade nie durch. Das ist wahrscheinlich sehr einfach hier. Weil ich muss ja einfach nur nach oben kraxeln. Mehr muss ich ja nicht. Ja, da ist nix. Och, Mann, ey. Oh, nee, 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 nee. Anstatt sie dieses Ding da rüberzieht. Aber das geht wahrscheinlich nicht, oder? Ich kann's auch nicht selber irgendwie rüberziehen. Das ist alles irgendwie gerade komplette Bockmisskacke. Naja. Das ist wieder frei, ne? Genau, okay. Also ganz verstehen tue ich leider nicht. Na, was machst du denn da? Meine Fresse, ich kriege gleich durch. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Boah, Alter. Du kannst doch nicht mal hochspringen. Was ist das denn für ein Dünnschiss? Irgendwie kann sie gar nix. Muss ich etwa so lange warten, bis ich da hochspringen kann? Also das wäre dumm. Aber es wird wahrscheinlich genauso kommen, wa? Da geht's nicht hoch. Ich weiß halt nicht, wo ich langen muss. Sorry. Ich seh's nicht. Da kann ich auch nicht langen. Was soll ich denn jetzt hier machen? Achso. Und jetzt? Jetzt muss ich da rüber, oder? Okay. Alter. Okay. Wahrscheinlich wär's einfacher gewesen. Aber, äh, ja, manchmal bin ich halt nicht so geduldig. Und dann passiert halt kompletter Mist. Was für ein Tor? Achso. Ja, das kann natürlich sein. Aber was hat das hier mit den ganzen Sachen auf sich? Kann ich da hochspringen? Sag mir nicht, ich falle ihm wieder in die Tiefe. Ey. Warum machst du keine Taschenlampe an, Mädel? Ich will irgendwo hin und dann geht's... Ja, natürlich. Was soll denn das jetzt hier für ein Dreck sein? Boah, Alter. Ne. Was für ein schlechter Speicherpunkt. Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ey, was hast du denn die Entwickler hier geritten? So ein Dünnschiss. Ey, das... Wenn das alles nicht so gut funktioniert, ne, ich könnte einfach nur kotzen. Jetzt mach ich aber auch kein Scheiß mehr, das heißt, ich gehe ja gleich langen Scheiß drauf, wenn da jetzt irgendwelche Scheißschätze sind. Scheiß, Scheiß. 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 So, und jetzt muss ich da nach oben, beziehungsweise da nach hinten. Ob ich hier irgendwas aktivieren muss? Gute Frage. Das werden wir wahrscheinlich herausfinden müssen. Schätze ich mal. Ah. Und dann geht es wahrscheinlich. Ja. Okay. Oh, was haben wir denn da? Irgendein Dokument. Mhm. Komm. Das war's. Die Turbine muss mit dem Wind im Tal irgendein Instrument antreiben. Könnte sein. Aber die Frage ist jetzt. Muss ich hier noch irgendwas tun? Äh, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier irgendwas drücke. Okay. Ich weiß es nicht. Aber es wird schon einen Grund haben. Sie wollten anscheinend dieses Zeug, also, was wir holen sollen, anscheinend irgendwie schützen. Das geht bestimmt nicht nach oben, oder? Okay. Jetzt hier rüber. Oh, war das knapp, Mann. Gott. Immer. Oh, war das Bart? Okay. Muss ich denn hier noch mehr drücken? Da hinten sieht es aus, als müsste ich nochmal lang. Da muss ich auch nochmal ran. Nach hinten, Lara. Danke. 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 Okay Alles cool gemacht, ne? So von der Art und Weise Okay, ich muss da irgendwie rüber Ähm Okay, die Frage ist jetzt Muss ich jeden Schalter drücken? Weil hier hinten sind noch welche Mach ihn, mach ihn, mach ihn Komm, mach ihn, mach ihn Danke Ich schätze mal, ich mach das bis jetzt alles richtig Aber wie geht's jetzt weiter? Hä? Ich muss irgendwie Oh nee, jetzt muss ich den ganzen Scheißweg wieder zurücklofen Anscheinend Das geht nicht Ja, wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Ey Leute, ich hab keine Ahnung Ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos Das ergibt nur Sinn Es muss doch irgendwo hier hochgehen Da geht's auch nicht Ey Leute, ich kapier's nicht Ich hab keine Ahnung Wie sich die Entwickler das vorgestellt haben Ey, das ist ja wieder sehr geil Jetzt kann ich den ganzen Scheißweg wieder zurücklaufen Weil anscheinend geht's ja hier nicht Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da rüberkommen soll Rauf oder wie auch immer Weil das hab ich doch alles gemacht Okay, warte mal Gibt's vielleicht noch eine Möglichkeit, die ich übersehen hab? Ja, hier rüber, oder? Ah Okay, alles klar Jetzt haben wir es Ah, okay Darauf muss man erst mal kommen, ne? Okay Okay Okay, was ist das hier? Achso Ich muss jetzt mit mir einen Weg schaffen, wa? Was ist das? Hier geht nichts weiter Achso, warte mal Ich kann's vielleicht festmachen Warte, 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 warte Warte Perfekt Und jetzt? Hier nach unten, wa? Wait, what? Ach, geht nicht, weil Oh Oh, kann nicht sein, dass ich das ganz kompliziert machen muss? Ich muss doch bestimmt Das irgendwie miteinander verbinden, oder? Hey, kann ich ihn jetzt überhaupt zerstören? Oder ist da unter auch noch irgendwas, wie ich es festmachen kann? Das sieht nämlich nicht danach aus Okay, warte mal nochmal Okay, jetzt nochmal Was soll ich denn da? Ich verstehe nicht, was ich da mache Was mach ich denn überhaupt? Ich weiß es halt nicht Ey, das ist... Sorry, aber ich verstehe es nicht Geht's dann noch weiter runter? Warum gehst du auch nicht runter, Spatz? Also weiter runter komm ich definitiv nicht Warum auch immer Ey, ich seh halt auch nie durch Irgendwann muss ich ja noch machen Die Frage ist was Oh, wie ich so eine Scheiße hasse, ey, wirklich Das ergibt null Sinn Oh, ich kapier's nicht Ich, was soll denn... Was soll ich denn machen? Das ist doch dumm Also geht's auch nicht Ey, sorry, Leute Ich verstehe es nicht Ey, ich verstehe es nicht Was das Spiel von mir jetzt will Ich bin, ehrlich gesagt Völlig irritiert Was er gibt für mich Es ergibt halt keinen Sinn Das hier Würde auch Sinn ergeben Wenn ich's dann weiter drehen könnte Das geht nicht Hä, was soll ich denn machen? Oh, da kriegst du echt ne Krise Da denkt man noch Man wird ziemlich bescheuert Oder so Weil es null Sinn ergibt Was soll ich da machen? Also es scheint auch zu weit weg zu sein Kann ich also vergessen Es geht nur in eine Richtung Mehr geht nicht Okay, so Ich verstehe trotzdem den Zusammenhang nicht Beim besten Willen Ich verstehe nicht Weil ich hab jetzt hier keinen Zugriff Ich weiß nicht mal, was ich damit mache Was mach ich damit? Ey, sorry, Leute Ich weiß nicht Was das Spiel will Ich weiß es nicht Für mich ergibt es keinen Sinn Ich sitze jetzt hier Und weiß nicht mehr, was ich machen soll Ich kann da noch nicht mal rüber Was soll denn? Also ganz ehrlich Ich muss denn nachgucken Ich hab echt keine Ahnung Das ist einfach nur dumm Was will das Spiel? Ich will da nicht lang rutschen Ich will da doch nur hoch, Mann Es ist aber auch dumm Ich muss das miteinander irgendwie verbinden Fragt sich bloß wie Es geht nicht Ich kann es da nicht durchschießen Und so geht es auch nicht Also beim besten Willen Ich hab keine Ahnung Ich würde es ja gerne zerstören Aber es geht nicht Wahrscheinlich muss ich nur die Wand Da kaputt machen Aber wie Zum Teufel Ich kann da nichts weitermachen Kann ich denn das von hier verbinden? Das geht auch nicht Nur das geht Also ich kapier's echt nicht Ich kapier's nicht Also entweder bin ich zu blöde dafür Oder ich hab keine Ahnung Ich soll irgendwas machen Und ich versteh's nicht Das ergibt ja auch null Sinn, oder? Ich werde gleich ausmachen Jetzt bin ich zu blöde Er tut doch nix Was tut denn das Ding? Ich versteh's nicht Ach so Ist das Würdest du mich komplett verraschen? Ich bin Ich bin Das war knapp. Ja, Mann. Mal sehen, was wir da haben. Oh, Gott. Das werden wir gleich rausfinden. Der weiße Atem. Der weiße Atem erzeugt eine halluzinogene Dunstwolke am Aufbauort eines Furchtfalls. Oh. Also, wir haben den weißen Atem endlich bekommen. Ich kann nicht wenigstens sagen, ich habe die Quest auch abgeschlossen. Aber ganz ehrlich, woher sollte ich denn sehen, dass da hinten so ein Scheißding ist? Woher? Ey, manchmal könnte man echt meinen, man ist völlig bescheuert. Egal. Sie geht jetzt wahrscheinlich von alleine zurück, was schon mal ganz gut ist. Hoffe ich zumindest. Und dann machen wir auf jeden Fall bei der nächsten Folge den Meisterbogen. Den holen wir uns. Und dann haben wir alles, damit Ätzli ohne Probleme gekrönt werden kann. Als der wahre König, wenn ich mich jetzt richtig dran erinnere. Und dann ist nur noch die letzte Hauptmission. Also zumindest, wenn es so sein sollte. Und dann haben wir das Spiel durchgezockt. Jo. Geil. Jetzt gehen wir mal zu Utsu zurück. Und überbringen ihm die Nachricht. Mal sehen, was er zu sagen hat. So. Vergiss nicht, der Nawal hat viele Formen. Misstraue allem, was du in der Wildnis siehst. Achso. Willkommen zurück. Hey. Alles okay? Mir geht's gut. Sie hat ihn. Nein. Der weiße Atem. Seltsam, dass ein so kleines Ding so mächtig sein kann. Hoffentlich verschafft es der Rebellion einen Vorteil gegenüber Amaru und seinem Kult. Wir wissen beide, dass es das tun wird. Utsu, du schuldest uns noch eine Geschichte. Ich bring nämlich diese Narbe und das Rezept einfach nicht zusammen. Ich glaube, da gibt es nichts zu erzählen. Sie weiß es. Okay. So. Gift der Angst. Brandgefährlich. Simplis Design optimiert. Das kleid aber... Okay. So, Leute. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge. Ich werde jetzt nur schon mal die Mission annehmen mit, ähm... Ich will nicht Fähigkeiten. Ich will eigentlich Quest. Ja, der Würfel. So, warte mal. Was ist denn das jetzt hier mit dem Verstoßenen? Der Meisterbogen. Das machen wir beim nächsten Mal. Wo müssen wir denn da überhaupt hin? Irgendwo da hinten. Ja, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Entschuldigt bitte, dass ich ein paar Mal echt ausgeflippt bin. Aber das hätte man ein bisschen besser lösen können. Trotzdem war es für mich eine Freude, dass ihr dabei wart. Bis denn. Und tüdelü. Und tüdelü. features. Und tüdel glänz.